Hallo, ich bin Jens Lübers, Geschäftsführer und Gesellschafter bei BPP IT Consulting. Unser Dienstleistungsportfolio erstreckt sich von Kanzlei-IT über Netzwerkadministration bis hin zu Cloud-Services. Mein Name ist Achip Lügger, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma BPP IT Consulting aus Bielefeld. Wir haben langjährige Erfahrungen mit DATEV-Software, verbinden diese gern mit der Terra Cloud und den dort angesiedelten Cloud-Services der Terra Wortmann AG. Darüber hinaus sind wir Sales-Partner der CAS Software AG und vertreiben das Programm CAS Genesis World. Die Kernkompetenzen unserer Firma liegen im Bereich der Betreuung der Mandanten und Steuerberater in ihrer eigenen EDV-Umgebung. Gerade auch die Schnittstelle zwischen den Anwendungen, die die Unternehmen selber haben, und ihren Steuerberatern, die wollen wir ausfüllen. Uns ist sehr wichtig, dass der Kunde sich bei uns sehr gut aufgehoben fühlt, egal in welchen Themen und Bereichen, dass wir die Fragen gut beantworten und am Ende eine Lösung für den Kunden finden. Das Arbeiten hier macht sehr viel Spaß. Die Hierarchie ist hier sehr flach. Das heißt, wenn man mal Probleme hat oder mal nicht weiter weiß, kann man hier jeden definitiv sofort fragen. Und so ist im Endeffekt nachher der Kunde auch zufrieden. Sie suchen einen kompetenten Partner für Ihre IT-Fragen. BPP-IT. Wir sind zufrieden, wenn unsere Kunden zufrieden sind.